Hallo zusammen, jetzt habe ich gerade erfahren, dass die FC Wetzigen sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Herzliche Gratulation, dass ein Verein sich über so viele Jahre für die Jugend- und Sportförderung einsetzt und auch für die Integration, ist wirklich bemerkenswert. Darum allen freiwilligen Helfern und Funktionären danke ich herzlich für ihr Engagement und für ihren Einsatz. Wo ihr im Moment sportlich steht, habe ich keine Ahnung, aber ich bin überzeugt, dass ihr auch dort euer Besten gebt. Für das Jubiläumsjahr wünsche ich euch alles Gute und für die Zukunft viel Erfolg.